Also hallo alle miteinander. Wir sind heute für euch am Kornberg und stellen euch den vor. Wie ihr seht, haben wir das fliegende Auge dabei. Wir hoffen, dass endlich immer mehr Sonne kommt. Mal ist sie da, mal ist sie wieder nicht da. Und es wäre echt toll, wenn man heute mal Aussicht hätte. Gell? Würden wir uns freuen. Ja, wie gesagt, das Start ist jetzt das Kornberghaus. Das immer noch nicht offen hat oder schon wieder zu. Wären wir gerne mal eingekehrt, aber vielleicht klappt es noch heuer. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Zeigen wir das schöne Teil. Leider blendet mich jetzt die Sonne. Weiter nicht. Komm her, kleine Drohne. So, jetzt wird er eingepackt. Tja, also hier ist die Skipiste und das Kornberghaus. Wunderschön. Wunderschön, aber leider nichts los. Nichts im Betrieb. Dann starten wir mal Richtung Wanderweg. So, wir sind jetzt am Anfang vom Wanderweg zum Kornberg hoch im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man es sieht jetzt von der Kamera aus. Ist die Vorsuchhütte. Ja, dann gehen wir mal gemütlich den Berg mal hoch zum Kornberg. Birgit, was sagst du zu dem Wetter? Na ja, bescheiden. Ich habe mir es gewünscht, dass heute Morgen aufreist. Es war schon mal ein bisschen Sonne da, aber die setzt sich nicht durch. Und wir waren heute Vormittag in Tschechien, da ist der pure Sonnenschein. Das ist schon gemein, ne? Das ist echt mies. Also gibt es wieder einen Schwarz-Weiß-Film. Du wirst nicht immer leuchtende Jacke an. Ja, vielleicht liegt es an der Jacke heute. Wir geben unser Bestes. Jetzt sind wir gleich auf der Skipiste. Da sind wir übrigens beim Skilift. Ja. Der noch geht. Und ist der schon außer Betrieb. Das ist übrigens der Nordweg, den wir da herlaufen. Ja. Ist schon ein bisschen lauerlich. Skilift Kornberg im Fechtelgebirge. Schöne Deko, würde ich sagen. Schöne Deko, ja. Schade. Ah ja. Also wie man sehen kann, hat es ganz schön geschneit hier. Wie man sehen kann, kann man bald gar nichts mehr sehen. Ich hoffe doch nicht, dass wir nicht hier gar eingenebelt werden. Das wäre ein bisschen blöd. Wir hoffen doch, dass wir das noch schaffen. Die Laude ist vom Allerfahndsten. Weil wir sind gleich am Gipfel oben. Ach naja. Schlimmer geht immer, heißt es so, oder? Zumindest können wir sagen, wir haben was gemacht heute. Wahrscheinlich können wir gleich Beeren und Wölfe. Das ist das Gelände von der ehemaligen Bundeswehranlage, dessen Turm man leider nicht sieht. Na ja, ich denke, da müssen wir dann mal eine Radtour machen. Laufen mal vor. Noch mal ein kleiner Rückblick auf den Weg, wo wir hergekommen sind. Hier kann man im Sommer mal schön mit dem Mountainbike runterfahren und dann auch die Piste ist auch sehr schön da runter zu schrubben. Na ja, jetzt sind wir gleich am Kornberg oben. Vielleicht sieht man auch mal den Turm schon ein bisschen. Hält halt mal die Kamera da so hin. Schade mit dem Wetter. Wir haben uns wirklich ein bisschen Sonne erhofft. Im Frühjahr oder im Sommer ist hier immer tüchtig Bewirtung vom Fichtelgebirgsverein. Da gibt es ordentliche Brotzeiten. Gesellliches Zusammensitzen. Die machen das wirklich mit Liebe. Sehr schön hier. Kehrt man immer wieder gerne ein. Oh, ist das schön, die Bäume hier. Hoppala, Stolperfallen. Boah, hier kommt der Turmgeist. Bodenlos. Wenn man keinen Weg geht, soll bitte halten. Dann wird man gleich bestraft. Bodenlos. Das sind schon schöne Flecken hier. Das erinnert mich leider schon wieder an den Film, so weit die Füße tragen. So, nach gefühlten 100 Treppen sind wir jetzt oben. Und genießen den zauberhaften Erstblick vom großen Kornberg im Füchtelgebirge. Also, wie ihr seht, sehe ich heute nichts. Aber den Karsten dafür, er kann noch lachen. Ja. Dann ist es noch nicht so schlimm. Leider, Nebel, Nebel. Oh, ein Schneemann. Na, das ist doch putzig. Das sieht man nicht einmal den großen Turm. Der ist ein Steinwurf weiter weg, so quasi. Also, da haben wir echt Pech am Wochenende jetzt gehabt mit dem Wetter. So, aber trotzdem war schon jemand da. Sehr schön. Und hat sich hier verewigt. Das wisst ihr also. Man kann schon Spaß haben. Auch bei Schnee. Man kann schon echt Spaß haben hier oben. Ja. Das wäre ich eingeseifft, glaube ich. Birgit. Ich bin da. Der Nebel hat mich nicht verschlungen. Ich glaube, wir wären berühmt für die schlechteste Wetter-Videos. Das ist Werbung für das Füchtelgebirge. Nein, wir haben auch schönes Wetter. Wir haben Sonne. Also, wir haben an manchen Tagen auch schönes Wetter im Füchtelgebirge. Das ist schon echt der Hammer heute. Das sind die Tage, wo man voller Hoffnung losfährt und die Sonne scheint und die Drohne ist wieder dabei. Und yeah, packt die Sonnencreme noch ein. Ja. Wir sehen uns bei gutem Wetter wieder. Würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Bye, bye. Tschüss denn. Tschüss denn. H&M Coffee trinken. H&M Coffee trinken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss dennis elevated. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020